Servus, das ist Judith vom Schlüssel-Magazin. Heute bin ich im Schützenhaus in Schlüssel. Hier findet heute die Gemeindemeisterschaft im Luftgebirge. Grüß euch, wir sind hier bei der Anmeldung vom Gemeindeschüssen 2019. Wir sind mitten drin. Wir freuen uns, dass es so zugeht, dass es so früh kommt. Und am Ende werden wir schauen, wer der Gewinner ist. Danke! Das sind die Probescheiben. Da kann man draufschießen, soviel man will. So wäre ich nicht schlecht gewesen. Dann habe ich mir gedacht, fange ich jetzt mal mit der grünen an, weil ich kann immer ein Loch kaufen. Und dann hat man auf jeder Scheibe zwei Schustern von denen. Und dann habe ich mich dort einmal probiert. Aha, da bin ich schlechter geworden. Da bin ich irgendwo ausgeliefert. Und dann habe ich dann die Schwarzen gekriegt. Und da habe ich dann 124 gezogen. Und das ist gut? Das ist besser. Alles, was über 100 ist, ist gut. Danke dir. Alles klar. Also auch die absoluten Hobbyschüsse. Haben wir mal Glück. Haha, sieht ganz gut aus. Wir haben heuer gehabt 197 Teilnehmer von 36 Mannschaften. Sie werden das Gute sehen lassen. Mit 671 Ringen und damit auch Verteidiger des Pokals. Und wieder gewinnen die Veteranen und Krieger. Bravo! Applaus tore dimensional ier